Der Seppel mit den goldenen Haaren Ein Märchen aus Niederösterreich Gelesen von Thorsten Turms Es war einmal ein Bauer und eine Bäuerin, die arbeiteten fleißig den ganzen lieben Tag, kamen aber auf keinen grünen Zweig. Gar oft waren Not und Sorge bei ihnen zu Gast, und Seppel, ihr kleiner Sohn, teilte dieses ärmliche Leben mit ihnen. Weil sie aber nicht verzagten und ihr Fleiß nicht nachließ, so ging es ihnen mit der Zeit besser. Als der Seppel erwachsen war, wurde er eines Tages in die Stadt geschickt, um für den Vater ein schönes Ross zu kaufen. Als er aber auf den Rossmarkt kam, war gerade ein reicher Herr dort, der hatte schon alle Pferde gekauft, und dem Seppel war keines mehr geblieben. Der reiche Herr brauchte aber gerade einen Knecht, und als der Seppel das hörte, trug er dem Herrn seine Dienste an und wurde auch gleich aufgenommen. Der Bursch war zufrieden, und voll Freude ritt er mit seinem Herrn davon. Sie waren noch nicht lange unterwegs, da gelangten sie in einen großen Wald. Der war aber so finster und öde, dass der Seppel dachte, wenn ich nun schon draußen wär. Doch je länger sie ritten, um so dichter und dunkler wurde der Wald. Da bekam es der Seppel mit der Angst zu tun. Es lief ihm eiskalt über den Rücken, und er stürzte aus einem Schrecken in den anderen. Als sie aber ein paar Tage unterwegs waren, nahm der unheimliche Wald ein Ende. Jetzt war es dem Seppel gleich wohler ums Herz. Und als er dann gar noch sah, wohin er mit seinem Herrn gelangt war, hatte er alle Furcht verloren. Mitten auf einer wunderschönen Wiese stand ein Schloss. Das war so prächtig und groß, dass sich der Seppel fast nicht getraute, über die Schwelle zu treten. Und wie schön es erst drinnen war! Da staunte der Bursch über die vielen Zimmer und die herrlichen Dinge, die er zu sehen bekam. Als er endlich alle Gemächer betrachtet hatte, führte ihn sein Herrn in den Stall, zeigte ihm einen prachtvollen Schimmel und sagte, »Weißt, Sepp, du hast gar nichts zu tun, als alle Tage das Rost da zu füttern. Zu essen wirst du genug haben. Das Gewand bekommst du auch von mir. Und mehr brauchst du nicht.« Das war dem Seppel schon recht. Er dachte, etwas Besseres könnte es für ihn gar nicht geben. Als aber der Herr aus dem Stall gegangen war, fing der Schimmel auf einmal zu reden an und sagte zum Seppel, »Geh in den Hof hinaus und hol vom Brunnen ein Glas Wasser!« Seppel eilte zum Brunnen und brachte ein Glas voll mit Wasser. Da sagte das Pferd, »Jetzt schütte dir ein bisschen Wasser über den Kopf, aber das andere heb recht gut auf und trag es immer bei dir. Dann wirst du ganz sicher dein Glück machen.« Der Seppel schüttete sich nun etwas Wasser über den Kopf und auf einmal waren seine Haare ganz von Gold. Da hatte er eine närrische Freude, setzte sich auf den Schimmel und ritt wie der Wind davon. Jetzt wünschte er nichts anderes, als schnell wieder zu Vater und Mutter zu kommen. Daheim vor der Tür aber sagte das Ross, er solle noch nicht in die Stube gehen, sondern ihm erst von dem Wasser zu trinken geben. Willig gab der Seppel, dem Pferd zu trinken. Da war das Tier auf einmal verschwunden, aber eine wunderschöne Prinzessin mit langen goldenen Haaren und stand vor ihm. Wie staunte da der Seppel! Und bald darauf heiratete er die schöne Prinzessin und wurde ein großer König. Das war die Geschichte des Seppels mit den goldenen Haaren. Gelesen von Thorsten Turms Gelesen von Thorsten Turms